Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video zusammen mit Tobias. Hallo. Und was ist denn das da hinten? Und Tabea. Hallo. Mit ihrem neuen Taucher-Skin. Tabea zieht das eiskalt noch durch. Die hat jetzt jede Aufnahme in einen anderen Skin. Irgendwann wird es aber auch nervig, oder? Willst du nicht mal einen Skin haben? Also ich finde den ja eigentlich nice. Aber es sind die falschen Farben. Ja, der sieht irgendwie sehr hässlich aus. Auf jeden Fall, ganz viele Zuschauer haben auch schon angeboten, dass sie meinten, ja mach das doch mal wie mit deinem Skin. Sag den Zuschauern, sie sollen den Skin für Tabea pikseln und sie kann sich dann einen raussuchen. Aber ja, vielleicht irgendwann. Dann hast du auch mal einen Skin. Wenn dir die Skins ausgehen zum Wechseln, dann kann man das ja machen. Gut, Freunde, heute spielen wir Minecraft, aber das Spiel versucht uns alle 30 Sekunden zu töten, Tobias. Nicht weinen, nicht weinen. Okay, wir haben jetzt, ihr seht da unten so einen Countdown. Wir haben noch 215 Sekunden Vorbereitungszeit und dann versucht es, das Spiel alle 30 Sekunden zu killen. Wir sollten vielleicht schon mal Essen kriegen. Äh, da ist aber gar kein Wasser drin. Du kannst überhaupt atmen da? Du bist doch halb Fisch, halb Mensch. Wo ist Tabea hin? Okay, wir brauchen definitiv Essen, Leute. Essen und Ziel ist es, würde ich sagen. Wir machen das Ganze so. Wir versuchen, Dias zu bekommen. Wenn wir Dias finden, haben wir gewonnen. Und wenn wir dreimal sterben, haben wir verloren. Aber wir haben nicht jeder drei Leben, sondern insgesamt. Das heißt, wenn ich dreimal sterbe, haben wir verloren. Wenn jeder von uns einmal sterben würde, haben wir verloren. Wenn Tobias zweimal stirbt und du einmal stirbst, Tabea, dann haben wir verloren. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr es? Das wir verlieren, ja, das verstehe ich. Also stirbst du dreimal, willst du damit sagen? Du stirbst gleich dreimal, Junge. Die Events können richtig heftig sein teilweise. Ich bin echt gespannt, wie das so wird. Ist ein Plugin. Wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich euch das auch in der Beschreibung. Dann könnt ihr das Ganze selber mal testen. Ist ziemlich lustig. Der Server lag bei mir. Auf jeden Fall ein sehr guter Start, Leute. Let's go. Das ist Teil der Challenge, Junge. Der Server lag und Minecraft versucht uns zu killen. Wieso ging das nicht? Nein, meine Kuh. Meine Kuh. Meine Kuh. Jawoll! Ey, nicht mich töten, bitte. Dann haben wir nur noch zwei Leben. Okay, wir müssen zusammenarbeiten, Team. Ja. Ey, hast du gar keine Antwort. Ja. Komm, mach uns. Oh, ey, hallo? Wolltest du zusammenarbeiten nützlich? Ja, ich wollte weiterziehen, Junge. Mach dir deinen eigenen Crafting Tale, das ist meine. Oh Gott! Wieso geht es denn schon los? Wieso geht es denn schon los? Wieso sind die... Nein, ich weiß es doch gar nicht. Aber doch, bei Tobias irgendwie. Aber nur bei Tobias. Es ist doch alles in Ordnung, Leute. Es ist doch alles in Ordnung. Er chillt auch einfach. Ihnen juckt das nicht. Es ist alles in Ordnung, Leute. Hä? Tobias, was sagt der Countdown bei dir unten? Eins. Cool down. Okay, bei Tobias läuft die Zeit anders. Ach, dann habt ihr das eigenes, oder was? Anscheinend. Was steht bei dir, Tabea? Oh mein Gott, 14 Sekunden. Okay, ich habe 123. Ich habe noch Vorbereitungszeit. Easy, Leute, easy. Ich werde verhungern. Ja, ich auch. Und die blöden Monsterlängen hier, das macht es ja noch schwieriger, Alter. Geh weg. Okay, ich muss weg. Ich muss weg. Ich will nicht sterben. Tabea, wo bist du hin? Bei den Kühen. Okay. Aber das ist ein Stück... Woher soll ich wissen, wo die Kühe sind? Brian, ich werde sterben. Was? Okay, nein, du lebst noch. Nimm mal den Crafting Table mit. Aber das ist eigentlich gut, dass wir alle einen einzelnen Countdown haben, weil dann können wir uns immer gegenseitig helfen. Dann können wir vielleicht sogar zusammen stehen bleiben. Und wenn Monsters spawnen, können wir die schnell killen, wisst ihr? Wenn wir jetzt alle den gleichen Countdown hätten, dann würden die alle 30 Sekunden so übertrieben viele Events kommen. Ich habe aber wieder einen neuen Countdown. Also es war gerade bei 1 und jetzt habe ich wieder bei 20. Ich habe jetzt 4, 3. Es passiert gleich was neu. Ich habe keine Ahnung. Ich habe 1. Ist es super? Vielleicht ist es nicht multiplayer-friendly. Das weiß ich nicht. Ich werde gucken. Ja, okay. Ich glaube, ich starte den bei mir dann auch. Warte. Ja. Bei mir schweben hier. Oh, die Zahl wird immer du. Kommt hier bitte mal einmal hierhin. Wo seid ihr? Kommt mal her, Ryan. Oh mein Gott, sie wird rot, sie wird rot, sie wird angst, Ryan. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid, alle. Seht ihr euch um. Seht ihr euch um? Ja. Ich bin hier. Ja, was ist los? Komm mal her. Oh ja, ich sehe Tabea und den Creeper. Über dir fliegt der Creeper. Ich frag mich, wie das passiert hier ist. Wie ist das anatomisch möglich, Ryan? Wie kann diese Kuh einfach so rumfliegen? Junge, die Kuhinsel. Wie lange regnet es denn Creeper bei dir? Junge, was ist das denn? Okay, wir müssen ganz schnell weg. Das ist ein Creeperregen. Mein nächstes Event kommt in 23 Sekunden. Oh boy. Okay, wir müssen mal. Ich kann nicht mehr rennen, Leute. Wo ist der Crafting Table, Tobias? Du hast ihn noch gehabt. Nein. Wo ist der Crafting Table? Ryan, ich werde sterben. Ich brauche einen Craf... Pass auf. Nein. Oh Gott, der geht jetzt auf mich. Nein. Vielleicht sollen wir doch fünf Leben machen. Ich sterbe nämlich auch gerade. Was? Wo seid ihr denn? Ich kann nicht mehr rennen und Tobias hat mir ein Crafting Table nicht wiedergegeben. Mann, und ich wollte mir den Ofen machen und essen und sterbe ich einfach nur. Soll ich dir den Ofen machen? Ach, wo bist du hin? Ich renne hier gerade weg von dem Skelett-Zombie-Reiter-Ritter. Ja, genau so heißt er. Ah, nee, warte. Wir sind in die Richtung. Das ist schwieriger als erwartet. Ich dachte, wir meistern das jetzt so easy. Ich hatte noch nicht mal Events, ne? Wie wird das denn dann gleich, wenn das bei mir auch losgeht? Schöne ist ja, Ryan, wenn ihr nicht in meiner Nähe seid, bleibt ja alles perfekt. Na, sobald ihr mal in meine Nähe kommt, lagt alles. Das stimmt. Okay, ich bleib jetzt von dir entfernt. Das wollte ich dir damit sagen. Willkommen zum Minecraft Singleplayer. Ich mache jetzt mir Essen. Getting an Upgrade. Was hast du getan? Sag mal, hast du eigentlich so ein richtiger Irgendwann einen Stuff mitgenommen? Nee, Junge, wie soll ich denn deinen Stuff da mitnehmen? Weißt du, wie viele Monster da waren? Oh mein Gott! Junge, ich gehe da jetzt einfach durch, Junge. Ist mir egal. Bam, bam, und gedodged. Zack, easy. 360, no scope und so. Oh, erstmal Essen. Moin Schaf. Ich mache das halt wirklich gerade, ne? Warte, die Schafe droppen doch Essen. Nein, Tobias. Oh, ich habe mal ein Lachen. Warte, warte, ich habe nur halb meine Sachen. Die Lacks sind so geil. Oh ja, ich habe den Crafting Table wieder. Nice, ich habe jetzt auch einen. Es wird jetzt vor allem auch noch Nacht, dann spawnen wir noch mehr Monster. Okay, ich habe noch 23 Sekunden, dann geht es bei mir los, Leute. So, ich habe ein Schwert, ein Fall, ein Stick. Ich vermisse euch. Toll. Ja, Ryan. Ihr dich auch. Er wird an deiner Stelle von mir weggehen. Wir brauchen Rüstung. Ja, ich... Rüstung, Bruder. Ich will euch wiedersehen, Mann. Ich will keinen... Da hinten ist Tabea. Ey, Ryan, seht ihr. Hey, hi, hi. Kobi war bei mir. Warte, Kobi, komm mal mit. Aber in fünf Sekunden kommt mein Event. Ich weiß nicht, ob ihr dann bei mir sein wollt. Ich bewege mich mal nicht. Komm schon. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich lebe. Alter. Gut, dass ich eine Pigex hatte. Bei mir kam einfach so ein Magma-Ding ins da drin, war ich gefangen. Ich bin einfach fast verbrannt da drin. Und das hat mein Ofen weggemacht jetzt, glaube ich. Ja, mein Ofen ist jetzt einfach weg. Was für ein Dreck. Dein Ofen ist weg? Was für ein Dreck? Jo, ich bin Rapper. Leute, übrigens ist mein Song auf Spotify jetzt online. Diese Überleitung. Mein Song Cash von Big Shoko Swagger ist jetzt auf Spotify. Für die, die nicht wissen, was das ist, guckt einfach mal in die Beschreibung. Da habe ich euch das Video dazu verlinkt, weil ich wurde innerhalb von 24 Stunden zum Gangster-Rapper und habe einen eigenen Beat und Song und sowas erstellt, vor einer Woche oder so. War ganz lustig. Und der Song ist jetzt auch auf Spotify. Hört ihn euch bitte auf Dauerschleife an. Ansonsten gehe ich pleite und kann mir kein Essen mehr leisten. Dankeschön, Leute. So, jetzt renne ich wieder vor Tabea weg. Das ist nicht so smart. Ich muss dir was zu dem Song sagen. Ja, nichts Negatives, bitte, sonst weine ich. Nein, ich habe... Oh mein Gott. Oh, oh. Jungen, warum lässt du so? Ich weiß immer noch nicht, wo du seid. Also ich bin jetzt gerade hier bei Faden. TNT-Killer-Skelett. Hä? Wo ist das TNT-Killer-Skelett? Oh Gott. Das sind ja auch Magma-Blöcke und so. Was? Bist du bei den Magma-Blöcken? Ja. Bei dem Cage? Ja. Da bin ich auch jetzt. Aber ich kann jetzt nicht mehr rennen und hier sind Skelette und eine Spinne und so. Wo bist du denn? Ich dachte, du bist bei dem Magma-Blöcken. Ja, ich bin ja noch... Ich sehe den, aber ich bin jetzt noch... Ich laufe jetzt erst mal drauf zu. Ja, ich sehe den. Ich brauche Stein wieder. Ah, da bist du. Okay, okay. Ich komme zu dir. Wo ist Tabea jetzt hin? Alter, ich verliere euch einfach nur die ganze Zeit. Achso, ich wollte dir was dazu sagen. Ja, erzähl. Was gibt es zu meinem super tollen Song? Der nicht schlecht ist. Ich habe mir den angehört und in dem Moment war ich halt bei meinem Vater. Heißt, er hat es mitbekommen. Ja. War das schon die Story? Nein, und seine Reaktion, hä, ist doch lustig. Und dann habe ich gestern von euch, so über euch geredet kurz. Ja. Und dann meinte er so, hä, wer ist denn jetzt Ryan? Und ich so, hä, ich habe von dem, wo du das Video gesehen hast, wo du meinst, der ist doch ganz lustig. Er so, ach, der Coole. Jawohl, ich bin cool. Ja, als ob. Ich bin offiziell cool jetzt. Wenn der den Ryan wirklich so cool findet, dann soll er, wenn er zur Arbeit fährt, das Auto. Das Lied im Auto hören, sorry. Ist so. Und mein Song auf iTunes kaufen und auf Amazon Music und Google Play. Überall. Da ist hier oben. Für nur 99 Cent. Wann hast du einen Ofen? Ich will Fleischbraten zum Sterben. Ja, ich farm gerade. Ich farm hier gerade Stein und jetzt habe ich gleich einen Ofen, okay? Okay. Tobias, ganz ruhig. Aber ich weiß auch nicht, wo du bist. Okay, ich verschlach schon. Tabea, wo bist du gerade? Was siehst du? Beschreib deine Umgebung. Wie geht es dir? Was macht das Leben? Kühe, Gras, Monster. Das sehe ich auch. Nein. Das sind auch hier sind Kühe, ja. Ich habe vergessen, dass es bei mir ein Event ist, aber es war nur Magma. Easy. Ich habe immer nur Magma-Events bis jetzt gehabt. Ah ja, man hat auch Cooldown manchmal. Wenn ich mich jetzt einfach runterbuddel und... Ja, ich finde. Ist das dann vorbei? Wir müssen die auch abbauen können, ist halt das Problem, ne? Deswegen sollten wir mal irgendwie zusammenarbeiten hier. Und hier vorankommen. Weil eigentlich haben wir ja noch nichts bis jetzt. Ich werde jetzt einfach die Schafe hier killen, Fleisch mitnehmen und dann buddel ich mich einfach nach unten. Nein, 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 eine Bienen-Invasion, eine Bienen-Invasion. Oh, was? Die mögen mich, glaube ich, alle nicht. Oh mein Gott. Ja, das ist Sinn, dass die versuchen, dich zu killen. Das ist das Spiel. Ähm, ich bin froh. Nein! Ich habe mich eingebaut. Aber ich weiß ja... Wir haben nur noch ein Leben, Leute. Ja. Weil da hast du nicht am Anfang gesagt, du stirbst dreimal? Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie, dass ich nicht gelo... Oder dass ich irgendwie nicht die Wahrheit gesagt habe, aber... Ich wäre halt schneller, wenn es nicht laggen würde. Das ist jetzt noch das Problem. Ja, es lag halt übertrieben. Meine Blöcke bauen, die ich nicht habe. Ja, same. Du wolltest sagen, wenn wir einen Bienenschwamm sehen, sind wir bei dir, oder was? Ja, ja, ich bin da drunter. Ich habe mich eingebaut. Mein Countdown ist auch gerade kurz stehen geblieben. Aber jetzt geht er leider weiter. Ich habe gar keinen mehr. Ah, da ist er wieder. Ah, ja. Vier Sekunden. Hier ist einfach auch... Drei. Junge, wie lange ist es denn eigentlich bitte Nacht? Ja, wie lange... Oh, jetzt geht auch das Essen durch hier endlich. Auch einfach ein Enderman bei mir. Do it. Was heißt do it? Hä? Hä? Oh Gott, nein, ich habe einen Hebel, Leute. Soll ich den Hebel... Nein, mach es nicht. Nein, mach es nicht. Ah, da steht do it. Ja, aber wenn du es machst, bist du tot. Safe. Aber vielleicht... Oder du stirbst, wenn du es nicht machst. Nee, ich glaube, ich stirb da nicht. Warte, ich baue alles drumherum ab. Ich will wissen, was da ist. Ah, okay, okay, okay. Da ist TNT drunter. Da ist TNT... Hä? Wieso hat sich das gezündet? Ich glaube, wenn du es abbaust, zündet es sich auch. Oh nein. Ja, egal, egal. Alles gut. Easy. Boah, das ist ja so nervig, hier Stein abzubauen. Oh! Weil ich das mit einem Stein... Wir müssen das fünfmal abblauen, das ist so ein Lack, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, Leute, ähm... Ich habe wieder keinen Ofen. Oh Mann, Alter. Ja, ich werde jetzt nochmal wahrscheinlich gleich sterben hier. Oh Gott, was ist bei dir passiert? Ich bin in einer Höhle und ich kann mich nicht einbauen und weitergraben, weil ich halt hier... Weil das fünf Jahre baut, sich hier alles abzubauen. Also ich brauche eigentlich für einen Block fünfmal Anfahrtanläufe. Nein! Ach, okay. Das ist super, was sind die Freidecke. Oh, Gott. Vielleicht finde ich dich ja. Ich meine, ich bin auch in einer Höhle. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn ich das Beidecke nicht abbauen kann. Wie überlebt ihr überhaupt? Habt ihr nicht Hunger die ganze Zeit? Ich hab genug Essen, 23 Fleisch. Was? Wie sagst du denn so viel? Ich hab eine super tolle Taktik. Wenn du die ganze Zeit stirbst, hast du wieder keinen Hunger. Ich bin ruhig als tot, Leute, ne? Also es war schön mit euch. Nein, bitte nicht. Ich stelle auch fast. Ich versuche, aber Junge, ich bin ja alleine in der Höhle. Ich glaube an dich. Bruder, du kriegst es hin. Ich weiß es. Okay, hier ist Facebook. Hallo? Ah, jetzt. Äh, was kommt jetzt bei mir? Eine Sekunde. Ah, nee. Hä, mein Event war gerade, aber es ist nichts passiert. Egal, Leute, ich hab Kohle, Junge. Ich auch, Junge. Ich hab auch gerade Kohle abgebaut. Wir sind Kohle, Bruder. Wir sind so mental vermutet. Junge, wir sind so gleich. Ich fühl mich dir jetzt so nah. Wir haben so viel gemeinsam. Kohle, Bruder. Hier. Okay, ich hab jetzt endlich Steine, ich kann jetzt loslegen hier. Ich hab nur nicht genug Essen. Ah, Zombie. Nein! Was ist das? Nein, Leute, ich bin tot. Ich kann hier nicht raus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich... Rein, aus. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Und die Blöcke bauen nicht ab, weil der Server laggt. Aber dadurch explodiert das auch nicht. Das ist halt der größte Streit von dem ganzen Server hier. Ich glaube. Also er laggt. Ich glaube, ich hab durch die Lags überlebt, ob ehrlich zu sein. Nein! Wir machen das nochmal und ich versuche einen Server zu organisieren, der nicht laggt, okay? Aber wir haben leider verloren. Aber ich habe am besten durchgehalten. Das soll wirklich. Freunde, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, ob wir das Ganze nochmal machen sollen. Also machen wir so oder so, weil es hat Spaß gemacht, aber egal. Und ja, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao!